Ursula Wagner Hallo, mein Name ist Ursula Wagner und heute stelle ich euch mein Team vor. Im Grunde genommen bin ich so ein bisschen so eine One-Main-Show. Mit den Pferden mache ich alles alleine. Ich habe das Glück, hier seit neun Jahren selbstständig zu sein auf der Anlage von Tanja Heinkel. Die steht zu hunderttausend Prozent hinter mir, hilft mir in jeder Lebenslage. Ja, ich habe den weltbesten Hufschmied, sehr Dank. Alex Wüst, hat sich vor kurzem selbstständig gemacht. Ganz tollen Tierarzt, zwei Tierärzte, Frau Dr. Ulrike Deicke und den Herrn Dr. Wagner, die mich eben unheimlich unterstützen mit den Pferden und die Gesundheit. Ja, und Pfleger und Lehrling habe ich leider nicht. Das mache ich alleine. Seit drei Jahren ist der Herr Johann Zagas an meiner Seite. Der war eigentlich lustigerweise bei mir hier Pferde ausprobieren. Und dadurch ist eine wahnsinnig tolle Freundschaft entstanden und ein unglaublich gutes Team. Hin und wieder packe ich meine Pferde ein und bin eine Woche bei ihm oben in Düsseldorf, im Rheinland. Oder er kommt auch so oft, wie es ihm auch möglich ist, kommt er nach München geflogen. Ich hole ihn ab und wir trainieren hier zwei Tage intensiv mit Jelencio. Und seit ich ihn an meiner Seite habe, ist er schon nochmal in eine andere Richtung gegangen. Über Johann sind viele andere Möglichkeiten entstanden. Das ist mein Glücksring. Den habe ich an jedem Turnier dran. Ich bin ein bisschen abergläubisch in der Hinsicht. Wenn ich den nicht dran habe, dann hat es auch nie funktioniert. Schon von klein an habe ich den mal geschenkt bekommen und seitdem habe ich ihn. Ich würde mich natürlich freuen, dass ich im Sport und auch mit Jelencio eben ganz speziell noch viele, viele Erfolge habe. Und dass er lange gesund bleibt und bei mir bleibt. Genießen, solange man es hat. Jeden einzelnen Tag.